Mein Name ist Erwin Eckhardt. Ich begrüße Sie hier in meiner historischen Schmiede. Mittlerweile ist sie 108 Jahre alt. So hübsch und nostalgisch die dampfende Schmiede auch daherkommen mag, es steckt harte Arbeit dahinter. Wichtig ist eins, als Handwerker kann man erst zufrieden sein, wenn es der Kunde auch ist. Die alte Handwerkstradition verbinden Eckhardt und sein Team mit moderner Technik und zukunftsweisenden Materialien für Geländer und Vordächer, Tor- und Zaunanlagen, Vergitterungen, Dachrinnen und viel mehr. Nur so wird Eisen erst wertvoll und schön. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan.